Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge der Physischen Marsch, wir düngen jetzt Feld Nummer 18 als Mission, da fahren wir erstmal hin. Wir haben hier noch die Lage hier liegen drin, nicht viel aber ein bisschen. Ich habe aber einen Fräser als Mod gefunden, oh Kartoffel, da fangen wir vorne rechts an. Wie gesagt, hier brauchen wir keinen Überführungskurs berechnen, das ist nicht notwendig. Das heißt, Kurskennarium für Feld 18, Vorgewende 2, automatisch, hoch runter, nehmen wir rund, 30, Neuer Kurs, zurück, Beikern, Dünnen, Feld, 18, Einsteigen. Zehn Minuten dann fertig, ja, aufs Gerät ist halt, ne. Der wurde ein bisschen angepasst, von der Breite her, Arbeitsbreite her und von der Menge kann man mehr reinkriegen. Okay, jetzt ist es zum nächsten Aufgabe. Irgendes bei. Das dauert noch eine ganze Weile. Wachstum, Gras. Gras. Also wenn jetzt das reif werden würde, würde Gras auch noch besser werden. Da warten wir noch ein bisschen. Ich überlege gerade, grünen wird nicht, denn, dünn, dünn, dünn. Holz lohnt sich jetzt nicht mehr. Das dauert noch so lange. Das sind Füßebahnen. Ach, so sieht man schön dreiter aus. Das gehört mir. Das ist egal, ey. Wie gesagt, da muss noch mit Faxen. Könnte ja ein bisschen Höller machen. Gedüngt ist alles, Unkraut ist bekämpft. Die Mission dauert noch ein bisschen. Wir werden immer gleich mal reparieren über die Garage. Das ist nicht notwendig. Ein paar Geräte haben wir schon ein paar Dinge. Und dabei die Originalgeräte. Wo haben wir jetzt hin? Im Schneidberg. Wir haben repariert. Das dauert. Oh, ein Wundersgeschehen. So. Kurs. Feldarbeit. Feldarbeit. Zuwander. Dünn, dünn, dünn. Erntefeld. 13. Ersten Wegpunkt. 5. Wir sind in die Luft. Ersteig. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 1. der führungskraft von rückerwäsche das ist fleißig und später noch Stroh verkaufen Stroh, aber Stroh das müssen wir verkaufen, weil da haben wir ja nichts da das Lager ist voll voll ist voll, ne? wir werden hier zaubern, dass wir jetzt hier oben hingefahren bekommen dass wir den Kurs starten können gut dann haben wir ihn kurz und fertig Achtzahme fällt als in Webel haben wir ihn gut gut und dann die erste Wunder kann man sehen kann man sehen wir müssen die ersten Male gewöhnt aufpassen am Rand kommt er nicht an da ist jetzt der Deich wo er Deich ist, da ist es schwierig wo er Deich ist, da ist es schwierig obwohl eigentlich der Lkw oder der Wildhächer eigentlich so fährt, dass er abfahren kann raus und dann wird er schon raus 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 Die ersten Meter haben wir noch nicht gekundet. von Nacht schon Alarmsignale, aber wir sind voll ich gehe tief wieso kann ich jetzt einbeißen? gespeichert Ich glaube der LKW hat nie einen Fehler. Wir haben gerade gespeichert. Wir können ja auch wieder zurückgehen. Das war doch alle die Umfeld. Jetzt fahren wir auch ein, dann können wir da fahren. Die Branche. Ja, 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 jetzt wieder da. Das ist, das ist. Typisch. Ja, das ist ein wenig. Ja, das ist auch ein wenig. Das ist auch ein wenig. Vollpfosten Kann man nichts machen, kann man niemals hören, kann man ja nix machen Kann man nicht anhalten, kann nichts das ist halt so, haupt mal das gut geht, ne? später werden wir hier flühen die kalt werden, die farbe wollen, die kalt werden das ist ein freitags folgen Müsste aber ein Gras ausprobiert sein, na jetzt ist er leer und wappt er noch? Es ist schön zu sehen, wie es einigermaßen funktioniert. Missionen. 16 ist zur Hälfte, 17 ist 18 abgeschlossen. So, wir werden jetzt gleich zum nächsten Feld fahren. Das war falsch, sehr zu tief. Ich glaube 17 war auch noch. Dann müssen wir vorne anfangen. Da können wir eingreifen, so ein Scheiß. Aber dann werden wir mal die Folge. Dann halten wir Füße um den Winkel. Ich werde kurz speichern und wir laden und so die Kontrolle zu gewinnen. Über den LKW. Ich hoffe es hat euch gefallen. Würde mich freuen mit einem Like. Ein Abo wäre auch schön. Darf mal Danke. Und seid mal süß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.